hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge watchdogs 2 uuuh 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 Das ist ein pissiges Gefährt. DANN UND So. Da müssen wir hin. Ja da muss ich ... Wo ist ich schon aufgegangen? So! Ich glaube das ist jetzt das letzte dann. Ich krieg nicht genug für den Geldautomat-Hacks und du? Nein, ich auch nicht. Schatz, ich bin zu Hause. Willkommen bei bloß neuen CTOS-fähigen Bankautomaten. Bitte warten, Ihre Identität wird bestätigt. Bestätigt? Wieso bestätigt? Hast du kein Fernsehen? Willkommen Mr. Franklin, wie kann ich Ihnen heute helfen? Bist du ein Star oder was? Nein, das glaube ich nicht. Du musst gleich Geld spenden. Danke für die großzügige Spende, Mr. Franklin. Spende? Welche Spende? Egal, soll sich mein Agentum kümmern. Für sowas habe ich echt keine Zeit. Ja, genau. Dann tun wir gleich das Konto leeren. Ihr Kontostand beträgt 0. Schönen Tag noch. Mein Kontostand beträgt was? Ja? Ich rufe. Ihr Kontostand beträgt 9. Mein Kontostand beträgt 9. Mein Kontostand auf 9? Mhm. Oh, sehr witzig. Hast du die Wobener Ahnung, wie ich bin? Ein arschgeficktes Suppenhun. So. Tschüss. Du Wichser. Hä? Ja. Ja. Hä? Ah, das war gut. So, wo ist es gut? Ah, das ist in der Moment, doch wo ist es gut? Wo ist es set? Jetzt ist es markiert. Fast 5000, super. Okay. Ja, ich habe mich vertraut. Sorry. So, was haben wir da? Ja. 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 Ich mache nichts in der Nähe. Wir fahren mal hin. Vielleicht ploppt etwas auf. Moment. Das ist nicht mehr. Ja. 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 Ich schätze jemand will das, was Sie wissen. Oh ja. Na super, muss ich jetzt die Mission machen. Ja, ich bin dabei. Ja. Wo ist die Mission? Ich fahre ja ganz anders. Heute ist es eine markierte Mission. Ja. 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 Entmammiert? Ja. Вот meine Anja. Ich fahre ich mich dann Martina. Ja. Ich schaff. Jetzt geht aber. Oh, da... Wer ist das? Shit! Schauen wir. Haben wir. Sehr gut. Haben wir nicht. Wer ist immer noch da? Oder ist das jetzt? Ein nächster ist da. Okay. Ja und? Die Mission mache ich ja nicht. Mir wurscht. Schauen wir mal. Eins, zwei, drei, drei. Wunderbar. 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 Get your Ablenkung. Sehr gut. Der Wind-Hee. Ich nehme es mit. Und hau. Tschüss. Tschüss, tschüss. Mein Auto steht noch da. Sehr gut. Jaja, ich bin schon wieder weg. Bin gleich wieder weg. Vier Forschungspunkte. Was will ich da jetzt? Will ich das? Jaja, also mit einem Temposchub in einem Fahrzeug aus. Genau. Das brauche ich beim Fahren, ja. Jetzt nehmen wir gleich. Sehr gut. Jetzt können wir gleich testen. Ah, da haben wir wieder einen. Ja, das ist Gaston. So. Ja, das ist Gaston. So. De-dead-Sack. I wanna leave Nabil. Leakstreak. De-dead-Sack. Oh, Shit! Leute, hier am Docks De-dead-Sack Mitglieder. Was? Wo? Ich hab ein Münztelefon mit angemachte Hardware entdeckt. Es hat gerade geklingelt und am anderen Ende war eine Tonwartnachricht. Es wurden Namen genannt. Stanley L? Irgendwas. Sleek-Squeak. Nabil Azari? Awasi. Ja, ich kenne Sleek. Verdammt. Das ist gefährlich. Wir müssen das schnell beenden. Hat jemand eine Idee? Kassieren wir die Hardware ein? Nein, lass dich fürs Erste. Ich kann die Gegenseite bezahlen, wo es für einen Man-in-the-Middle-Angriff aufspüren. Aber je mehr Deckung wir haben, desto besser. Ja, mal sehen, ob ich noch mehr gehackte Telefone finde. Mhm, das ist die nächste Mission. Ja, das bringt noch 5,000 Folha. Naja. Ja, das geht zu der Kohle. Ja. Ja, das mag ich jetzt nicht. Naja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Nein, Alter, markier den jetzt. Das Namensspiel ist das, okay? Dann müssen wir so ein DLC einmal anschauen. Weil vom DLC habe ich überhaupt noch nichts gespielt. Boah, das nervt aber auch, die Lettere, hm? Wieso ist jetzt meine Markierung weg? Scheiße! Bist du Deppertolder, den sie überhaupt nicht unter Kontrolle zukriegen. . Ha, 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 ha. Ja, du warst. Achso, ich bin doch schon da. Des Auto ist gleich nicht. Ich signific nicht lang mehr überleben. Ja, ich komme ja schon mal. Eins aufgehakt. so eins abgehakt nächstes so teppere wap 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 alter Fuchs er war nicht zu holen wuhu hey Fuchs ist so schon so bissig und dann am Endurbo so was ist das nächste hier sehr gut eins werde ich wohl noch brauchen so nächstes so so die Ich könnte ja gleich so hacken, oder? Na, muss ich aussteigen. Leidt ja immer noch! Der Trick. Gut, das ist nicht weit weg. Ja, ist ja markiert, weg. Wiener Sie! Gut, wie kommen wir da oben? Ja, da. Da, da, da. Da hinten oben. Ah, uff! Ah, uff! Bei einem auf dem die 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 Genau, da komme ich sicher, ah, komme ich auf, ja gut, und wir sind schon oben, und wir hacken. Ja, finde ich auch. So, jetzt brauche ich ein schnelles Auto wieder, weil mein 1 ist bald hin, wo, da oben, das ist mein zweiter Weg, und mein Schnellreise, mein Auto sehe hin. Das ist mein Schnellreise. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich verschwende! Okay, wir müssen wieder etwas erledigen. Okay. 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 Ha! Super! Okay. Ah, shit! Okay. 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 Das haben wir, das haben wir, so jetzt kann ich die Tür tecken auf die Seite Du hattest recht, es ist Primate. Wichser. Die Telefone waren wohl nur ein Testlauf. Die wollen das Lokalradio mit einer Liste unserer Namen hijacken. Naja, wollten sie. Sag mir, wie du sie treffen willst. Ich hab die derzeit Namen aus ihrem System gelöscht. Die Liste war ziemlich lang. Manche waren erfunden, aber sie hatten ein paar Treffer. Ich hab im Konto dieses Typs ein paar Primate Namen entdeckt. Du sorgst dafür, dass der Radio Hijack funktioniert, oder? Ja, aber ich ändere die Playlist. Ich hab den Ort, aber ich muss noch rausfinden, wie sie reingekommen sind. Oh, woa, 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 woa. Ah, woa. Puh. Puh. Sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Wo muss ich denn hin überhaupt? Ah, da her? Bin ich komplett falsch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, weil ich vorstehe nicht vorhanden will, jetzt ... Oh-oh! Oh-oh! Gibt es da nicht irgendwelche Schwachstellen? Gibt es da nicht irgendwelche Schwachstellen? Ok. Tosana! Puh! Ist das hier? Gott kann man mitnehmen. Scheiße, ich werde verkehrt. Ah, das hat nichts gebracht. Scheiße, da steht ein. Der Zahn weg, schnell weg. 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 Oh, da ist einer. Da steht es. Nein, wir. Einen Scheiße. DHW. Hä? Scheiße. Haben Sie gesehen, was passiert ist? Wo bist du denn? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. So, schnell. Ja, ja. Hecken. Hecken, hecken, hecken. Mitnehmen, super. Kerndaten. Ganz wichtig. Geld. Ehm. So, da kann ich mir das herlegen. Das müssen wir nachschauen. Okay. Aber wir haben... Das müssen wir noch hacken. So. Das haben wir gehackt. Mission abgeschlossen. Gut. Und leider ist die Folge schon wieder vorbei. Alles bereit für Prime 8 Sendern. Die werden sich bei selbst doxen. Von einem großen Publikum. Klasse. Das kommt davon, wenn ein mieses Spielchen mit uns spielt. Markus. Da war ein echtes Name dabei. Na klar, Reginald. Was? Regis und Reggie. Ah. Markus H. Oh, wirklich? Ja. Oh. Vielen Dank. Okay, das war die Mission, passt. Super, dann schauen wir als nächstes Mal, was wir als nächstes machen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dad. Wenn ihr Lust habt, schaut auf meinem Kanal rechts bei Friends. Gibt es eine Menge Kanäle, vielleicht gefällt euch der eine oder andere, dann lasst doch ein Abo da. Wenn euch mein Kanal gefällt, dann lasst ihr bitte ein Abo da, schreibt mir einen Kommentar, würde mich sehr freuen. Und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Folge. Tschüss, ich bin raus.